So, liebe Ayurveda-Freunde, wir finden uns heute im heimischen Garten und ernten heute unseren Glinda-Kohlrabi. Der Kohlrabi, den nehmen wir den da. Der ist schon recht gut und groß gewappsen. Er ist zum einen sehr kalorienarm, zum anderen ballaststoffreich. Er schützt uns vor Heißhungerattacken und auch den Blutzuckerspiegel. So, jetzt sehen wir nochmal raus. Glaststoffe, die wo der Kohlrabi hat, die sind natürlich auch für die Darmtätigkeit zuständig. Er enthält Senföle und Magnesium und die Blätter enthalten auch viele Mineralstoffe. So, und jetzt nehmen wir unseren Kohlrabi mit in die Küche und brauchen wir ein leckeres Kohlrabi-Gericht. So, dann nehmen wir uns ein bisschen Rucola noch mit. Für unser Kohlrabi-Gericht, der ist leicht scharf und hat auch Bitterstoffe. Und unterstreicht die Nuten für das Gericht, was wir heute kochen. So, wir sind jetzt zurück vom Garten. Mit unserem wunderschönen Kohlrabi. Und den bereiten wir jetzt zu. Als erstes entfernen wir den Strunk und die einzelnen Blätter. So drehen wir sich den Kohlrabi am besten so rum, dass man von sich wegschneidet. Die jüngeren, frischen Triebe vom Kohlrabi nehmen wir natürlich mit in unser Gericht. Und schneiden wir ihn mit kleinen Streifen zusammen. Die feinen Kohlrabi-Streifen geben wir uns dann auf einen extra Teller. Und nun schälen wir unseren Kohlrabi. Am besten schälen wir mit dem Messer vorne und hinten abschneiden. Dann haben wir nämlich gleich eine Standfläche, wo man sich auch nicht schneidet und abrutschen kann. Am besten nehmen wir dazu ein kleines Messer. Man könnte es auch mit Schäler schälen. Aber wenn der Kohlrabi etwas holzig ist, ist es besser, wenn man mit dem Messer ganz vorsichtig so rum geht. Jetzt schneiden wir uns beim Kohlrabi hier unten eine kleine Standfläche weg. So dass der Kohlrabi senkrecht steht. Dann kann er nämlich nicht umfallen und schneidet sich nicht. Jetzt schneiden wir aus dem Kohlrabi hier eine kleine Scheibe. Also die Gewürze und die ganzen Zutaten, was wir für unser Kohlrabi-Gericht heute verwenden, ist zum einen Ghee, ist klar, Butterfett. Dann haben wir Ayurban, Ingwer, rote Zwiebeln, die geschnittenen Kohlrabi, Roter Zucker, Kurkuma, Salz, Pfeffer und eine Tomate und ein bisschen unseren Rucola. Nachdem wir jetzt unseren Kohlrabi geschnitten haben, schneiden wir uns hier von der Zwiebel drei Scheiben in Halbmunde oder Ringe und auch vom Ingwer schneiden wir uns hier zwei Scheiben in Vorbereitung in so eine kleine Tasse. So und jetzt fangen wir an, dass wir unseren Kohlrabi abbraten. Und dann nehmen wir dazu ein bisschen Ghee, Butterfett, Butterschmalz, kennt ihr ja jeder. Und lassen wir es in der Pfanne erstmal heißer. Der alte Trick mit dem Holzkochblöffel, der ist ja bekannt. Das ist, wenn der Holzkochblöffel hier beginnt Blas zu schlagen, dann ist das Fett oder Ghee richtig heiß. Als erstes geben wir den Eiwein, den Königskümmel, in die Pfanne und lassen den kurz auflaufen. Danach kommen die Zwiebel, und im Anschluss unter die Kohlrabi-Scheiben. Jetzt lassen wir den Kohlrabi-Scheiben ganz ruhig anbraten. Die Wenden ziehen wir mal. Hier müssen wir die Fett oder anderen Zeit sind für eine Kohlrabi-Scheiben. Gießen Sie anschließend mit einem kleinen Schuss Wasser ab. Nun für den Kugelig-Poderaten etwas Zucker, Salz, und Fett dran, ein bisschen zu Kummel, und die Sonnensalz. Die Schwenkungen sind von Radikos. Und sollte er zu hart sein, könnte er wieder gegebenenfalls einen kleinen Schuss Wasser drauf geben. Aber immer darauf zu achten, dass der Kohlrabi mundbissfest ist. So, nun nehmen wir unseren Kohlrabi, riechen ihn am Teller an, und dann nehmen wir den geschnittenen Blättern noch einmal ganz kurz in die Pfanne. Schwenken die ganz kurz. Die verteilen wir hier über unseren Kohlrabi, mit dem Ingwer und den Zwiebeln. Als Deko verwende ich heute einen kleinen Tomatenstern, und wie gesagt, unseren frischen Rucola aus dem Garten. Ganz zum Schluss könnt ihr euch noch ein bisschen frische Zitrone drüber träufen. So, natürlich wird das auch vom Koch natürlich verspeist. Mmmh.